ja liebe freunde der motorleisenbahn hier finden wir uns wieder auf der magistrale zwischen stehle eilberg und wanne eichelt sie können unschwer erkennen dass sich der betrieb auf der bahn sowieso wieder aktiviert hat das heißt der zeitpunkt mit irgendwelchen viren ist vorbei und es geht wieder aufwärts die maschinen laufen die kohlenzüge fahren und die personenzüge sowieso wir wünschen allen ein schönes wochenende und hoffen dass sie einen schönen samstagabend erleben in dem sinne gute fahrt einen schönen sonntag und bis zum nächsten mal wenn wir uns wiedersehen auf der moba in der kleinen märklin welt vom olli ciao ciao alles gute und bis die tage und bis zum nächsten mal Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020